Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch, ich bin heute euer Gastgeber und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um die Frage, was die digitale Transformation mit den Arbeitsmärkten macht und ob ein bedingungsloses Grundeinkommen die richtige Antwort auf den technischen Fortschritt ist. Die Digitalisierung hat uns viel Positives gebracht. Ein Leben ohne Smartphone und ohne Internet ist für die meisten Menschen schlicht unvorstellbar geworden. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Befürchtungen, ob uns die Maschinen in Zukunft arbeitslos machen. Und sollte uns die Arbeit ausgehen, ist natürlich die Frage, wo wir dann das Geld zum Leben hernehmen. Vor diesem Hintergrund hat die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens viele Anhänger gewonnen, nicht zuletzt unter Managern und Technologie-Enthusiasten. Es gibt aber auch Alternativen, nämlich vor allem in Form von Kapital- und Mitarbeiterbeteiligungen. In unserem heutigen Podcast werden wir darüber diskutieren, ob das bedingungslose Grundeinkommen eine gute Idee ist und wie Kapitalbeteiligungen eingesetzt werden können, um dem Wandel auf den Arbeitsmärkten und gesellschaftlicher Ungleichheit zu begegnen. Mein Gesprächspartner zu diesem Thema ist Hans-Jörg Naumer. Hans-Jörg ist Leiter Global Capital Markets and Thematic Research bei Allianz Global Investors. Bevor er zu Allianz Global Investors kam, war er Leiter des Deutschen Research bei der Societe Generale. Seine Karriere startete er bei der Deutschen Bank nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre. Hans-Jörg hat zu dem Thema Kapitalmärkte, Investment Trends und Mitarbeiterbeteiligung eine Vielzahl von Publikationen veröffentlicht, kürzlich auch ein Buch zu Corporate Social Responsibility und Kapitalbeteiligung. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich begrüße euch heute aus Frankfurt und mir gegenüber sitzt Hans-Jörg Naumer. Hans-Jörg ist Leiter Global Capital Markets and Thematic Research bei Allianz Global Investors. Hans-Jörg, herzlich willkommen zum Future Talk. Ja, ich habe Spaß dran. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank schon mal jetzt fürs Zuhören. Wir wollen ja heute über das zweite Maschinenzeitalter reden, was Digitalisierung, welche Wirkungen wir auf die Arbeitsmärkte erwarten können und vor allem, was es für Lösungsansätze auch in dem Bereich gibt, um die negativen Begleiterscheinungen zu bekämpfen. Vielleicht am Anfang einen Schritt zurück. Es wissen vielleicht nicht alle Zuhörer, was Thematic Research genau ist. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was dich so an Themen tagtäglich beschäftigt. Ja, das könnte eigentlich spannender nicht sein. Ich bin ja Volkswirt und arbeite bei einer großen Investmentfondsgesellschaft. Und ja, meine Aufgabenbeschreibung ist letztendlich, mich hat alles zu interessieren, was unsere Anleger interessiert. Und das sind sowohl Privatkunden, die bei uns in Fonds sparen, das sind aber auch große Pensionsfonds, die mit uns zu tun haben. Also institutionelle Anleger. Und dann fängt man natürlich an, über die Welt nachzudenken. Was müssen die Anleger wissen? Großes Thema, über das wir ja heute sprechen, ist das Thema zweites Maschinenzeitalter. Was verändert sich durch Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft? Das ist ein Thema, an dem ich schon sehr lange arbeite. Aber mir gehören auch andere Themen dazu. Also Investmentstrategien, wie lasse ich mein Geld besser für mich arbeiten? Oder das Thema Verhaltensökonomie spielt bei uns eine ganz große Rolle. Sicher auch das Thema, was passiert in Asien? Was bedeutet die Seidenstraße, die China gerade zu Wasser, zu Land und der Luft baut? Also ein Themenbündel, das immer wieder daran ansetzt, wie verändert sich Wirtschaft, wie verändert sich die Wertschöpfung weltweit? Und was müssen unsere Anleger hinterher verstehen, damit sie auch tatsächlich das Beste aus der sich verändernden Welt machen können? Perfekte Überleitung zum zweiten Maschinenzeitalter. Wenn wir mal damit anfangen, es gibt ja jetzt, wenn wir über Digitalisierung nachdenken, es gibt ja keinen Mangel an Schlagworten. Robotisierung, Datifizierung, Digitalisierung, vierte Industrie, 4.0. Du beschreibst die Entwicklung meistens als zweites Maschinenzeitalter. Was ist das zweite Maschinenzeitalter für dich und wie würdest du beschreiben, was da auf uns zukommt? Ja, zweites Maschinenzeitalter ist ein Begriff, den habe ich geklaut, ganz ehrlich. Das darf man auch ruhig wissen. Also es gibt einen Bestseller gleichen Namens. Würde ich auch durchaus empfehlen, den zu lesen. Der ist vor ein paar Jahren erschienen, aber immer noch aktuell. Dann haben zwei Forscher in Amerika aufgebracht, der Brian Wilson und der McAfee. Und die haben letztendlich die Idee damit oder das Paradigma in die Welt gesetzt, dass sie sagen, passt mal auf, es gibt im Großen zwei Maschinenzeitalter. Und das erste Maschinenzeitalter hat sprichwörtlich mit der Erfindung der Dampfmaschine begonnen. Das heißt also mit der Industrialisierung begonnen. Und wir haben über diese ganze Phase wirtschaftlicher großer Um- und Aufbrüche, Umschwünge im Prinzip immer wieder erlebt, dass am Ende die tragende Konstante war, dass wir, unsere menschliche Arbeitskraft, durch die Verbindung mit der Technologie produktiver wurde, wir bessere Löhne erzielt haben, weniger arbeiten mussten hinterher und es uns am Ende allen deutlich besser ging. Und die sagen, jetzt passt mal auf, jetzt gibt es da so Maschinen, die fangen an zu denken, was immer man unter künstlicher Intelligenz auch verstehen mag, aber die können deutlich mehr als noch die Roboter, die wir so in den 70er, eher 80ern eingeführt haben. Und diese Maschinen sind so klug, dass es eine Frage der Zeit ist, dass die im Prinzip sagen, ach wisst ihr was, es ist eigentlich ganz schön mit euch, aber wir brauchen euch gar nicht mehr. Das ist ja so die ganz große Furcht auch da ein Stück, die da mitschwingt, dass menschliche Arbeit nicht mehr gebraucht wird. Ich bin nicht an dem Punkt zu sagen, wir werden morgen keine Menschen mehr brauchen bei der Arbeit. Das hat ja Keynes schon 1950 vorhergesagt, ist nie eingetreten. Das hat Karl Marx vorhergesagt, ist nie eingetreten. Aber ich finde das Paradigma sehr gut und sehr wichtig, weil ich damit sagen will, passt mal auf, wenn was dran ist am zweiten Maschinenzeitalter, dann kann es tatsächlich so sein, dass sich menschliche Arbeit von der technologischen Entwicklung im Prinzip immer mehr entkoppelt. Das heißt also, dass unsere Produktivität, die Arbeitsproduktivität von uns Menschen nicht mehr primär sich in Lohnsteigerungen ausdrückt, sondern dass die Roboter einfach einen Teil dieser Anführungszeichen Lohnsteigerungen bekommen. Und ich nehme das Paradigma ganz gern. Du hast ja eben schon vom Industriezeitalter 4.0 oder Industrie 4.0 gesprochen. Das ist ja so der große Begriff, den wir in Deutschland haben. Und ich sage immer, das ist mir so ein bisschen arg gemütlich. Ich will damit ausdrücken, das zweite Maschinenzeitalter, man kann wahnsinnig gut darüber diskutieren, was am Ende wirklich kommen wird. Aber das zweite Maschinenzeitalter wird massive Veränderungen mit sich bringen. Die werden sehr schnell passieren und es ist eben mehr als nur ein neues Release an Industrie. Deswegen ist mir das Industrie 4.0 einfach zu gemütlich. Und ich denke, das zweite Maschinenzeitalter gibt uns jede Menge zum Denken, was wir damit machen. Du hast ja schon gesagt, dass du nicht damit rechnest, dass uns völlig die Arbeit ausgehen wird durch intelligente Maschinen und künstliche Intelligenz. Welche Wirkungen erwartest du dann im zweiten Maschinenzeitalter jetzt im Hinblick auf die Arbeitsmärkte? Also auf jeden Fall große Umschwünge, wobei ich noch nicht an dem Punkt bin zu sagen, unterm Strich werden wir plus minus so und so viele Millionen Arbeitsplätze haben. Ich würde mich gerne mal beim Vorzeichen trauen zunächst mal. Das Problem ist ein riesengroßes, wenn man versucht, das mal abzugreifen. Also ich habe vor ein paar Monaten mit dem Benedikt Frey gesprochen. Ich sage den Namen, man kennt ihn vielleicht, weil auch hier und da mal zitiert wird. Er ist der meist zitierteste Autor zum Thema Digitalisierung und Arbeitsplätze, auch in der breiteren Presse. Und wir saßen so beim Frühstück zusammen und er sagte zu mir, oder ich sagte zu ihm, pass mal auf Benedikt, du hast in deiner Analyse geschrieben, 50 Prozent aller Arbeitsplätze in Amerika, jetzt auf Amerika bezogen, sind digitalisierbar. Und er kaut an seinem Brot und guckt mich an und sagt, nein, 47 Prozent. Und er sagt, ja super, ja, wir alle wissen, was Statistik kann. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu genau. Er war natürlich auch leicht ironisch drauf, als er das sagte. Aber wenn man da mal anfängt reinzubohren, dann findet man auch weitere Studien, die kommen zu genau anderen Ergebnissen. Ein bisschen anderer Ansatz. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung sagt, nein, es sind nur 10 Prozent. Dann habe ich vor ein paar Monaten die Bild-Zeitung aufgeschlagen, beziehungsweise gar nicht aufgeschlagen, lächelt mich auf Seite 1 und mir bekannter Professor entgegen, der in Düsseldorf lehrt, große Studiorobots in Germany, Jens Südekum. Und die große Schlagzeile der Bild-Zeitung ist, in Deutschland sind noch keine Arbeitsplätze verloren gegangen. Da merkt man so ein bisschen die Spannbreite. Das World Economic Forum sagt dann, es werden enorme Möglichkeiten neu entstehen. Also worauf ich hinaus will, das ist ein enormer Umbruch. Keiner kann wirklich vom Status Quo aus sagen, es wird am Ende so und so aussehen. Wir können nur in Paradigmen oder in Szenarien denken und uns rantasten. Mir scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein und da komme ich nochmal auf Südekum zu sprechen. Die Schlagzeile in der Bild war ja sehr positiv zunächst mal, aber wenn man dann seine Studie liest und wir haben uns da auch ein bisschen per E-Mail drüber ausgetauscht, dann sagt er auch, ja, entscheidend ist aber, es gibt Verschiebungen in Lohnsegmenten. Und das sehen wir auch im OECD-Raum insgesamt. Es gibt schon Verschiebungen in den Lohnsegmenten, die da heißt, so der mittlere Einkommensbereich, der gut ausgebildete Akademiker, da bricht es weg und ich bringe es mal ein bisschen boshaft auf den Punkt, mehr manuelle Jobs, rein quantitativ sind entstanden oder das Lohnsegment ist gewachsen und das Lohnsegment der Hocheinkommensjobs ist gewachsen. Der satte Mittelstandsbauch hat sich quer durch die OECD was verändert. Und da fällt mir Freeman dazu ein, Richard Freeman, Harvard, hat einen großen Aufsatz geschrieben und sagt immer wieder, ja, wir werden immer menschliche Arbeit haben oder brauchen, das ist nur eine Frage des Preises. Also ich kann immer noch mit einem Roboter konkurrieren. Wenn der Roboter ab einem gewissen Punkt immer preiswerter wird, dann muss ich mir halt überlegen, dass mein Einkommen pro Stunde auch immer preiswerter werden muss. Also Zukunft ist große Veränderungen. Das scheint mir klar zu sein. Es wird sich in Lohnsegmenten verändern. Es wird neue Jobs geben. Es werden Menge alter Jobs wegfallen. Und was mir auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, nochmal zu bedenken, das klingt jetzt alles natürlich zuerst mal so ein bisschen negativ, aber ich habe die Erwartung, wenn wir diesen Wandel gut gestalten, dann sind wir vielleicht an dem Punkt, dass wir uns so in zehn Jahren zum nächsten Talk zusammensetzen, Alexander, und dann sagen wir, was machst denn du mit deiner Zweitagewoche? Ich mache das so und so und ich sage, ja, ich arbeite sogar nur noch anderthalb oder was. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen. Wenn wir mal nach 1870 zurückgehen, dann haben unsere Vorfahren damals doppelt so lange in der Woche gearbeitet, rein an Stunden berechnet, wie wir heute. Geht es uns besser oder geht es uns schlechter? Uns geht es zigfach besser. Und der Punkt dahinter ist, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft tatsächlich weniger menschliche Arbeit brauchen. Die Frage ist dann nur, wenn wir weniger arbeiten, verdienen wir dann noch so viel, wie wir heute verdienen? Oder wo kommt der Rest unseres Einkommens her? Und da wird es natürlich tierisch spannend. Sehr interessanter Punkt, auch das mit der eineinhalb bis zwei Tage Woche. Merk schon, du bist da ein Fan davon, das verfängt. Wir schauen dann in zehn Jahren, wie es ausgegangen ist. Aber um tatsächlich auch noch mal auf die zeitliche Dimension zurückzukommen. Du hast es ja schon beschrieben, es gibt eigentlich zwei recht gegensätzliche Trends im Moment. Wir reden seit mindestens drei, vier Jahren darüber, werden uns die Roboter die Arbeit wegnehmen. Auf der anderen Seite in derselben Zeit sehen wir zumindest in Deutschland Rekordbeschäftigung. Wir sehen die niedrigste Arbeitslosigkeit seit mindestens einem Vierteljahrhundert. Das heißt, eigentlich kurzfristig die kurzfristige Situation und das, was wir langfristig erwarten, geht sehr stark auseinander momentan. Zumindest in der Wahrnehmung. Wann würdest du denn die Effekte, die du beschrieben hast, Lohnspreizung, Gewinn von der Verlust der Middle-Income-Jobs und all diese Effekte, vielleicht auch Verlust von Arbeitsplätzen, wann würdest du zeitlich erwarten, dass die das erste Mal fühlbar werden, dass wir die das erste Mal sehen? Ja, also teilweise sind die schon sichtbar. Man merkt es vielleicht weniger zunächst mal. Also wenn ich nochmal auf die OECD-Studie zurückkomme, das ist eine Studie, die geht über zehn Jahre zurück und die hat einmal wirklich diese drei Lohnsegmente, Hoch, Mittel, Unteres Lohnsegment durchleuchtet. Und die kommt genau zu dem Schluss, dass wir es über alle OECD-Länder bereits sehen, dass es im mittleren Segment rein anteilig weniger Stellen gibt. Also eine Entwicklung, die nicht nur bei uns so ist, die wir in Amerika noch viel deutlicher spüren. Ich behaupte sogar, dass Donald Trump, nicht ich, den Benedikt Frey, muss ich nochmal zitieren, mit einer Studie, die er jetzt so vor einem Jahr etwa nachgeschossen hat, der behauptet sogar, Donald Trump ist genau deswegen gewählt worden. Er ist nicht wegen der Globalisierung gewählt worden, sondern wegen der Automatisierung, weil es da das Verlierer-Thema schon ganz stark gibt. Also wir merken, denke ich, schon einiges davon. Der Punkt ist, glaube ich, vor allem aber auch, wir müssen nochmal in die Firmen direkt reinschauen. Dann wird es spannend, weil wir dann plötzlich merken, es gibt offensichtlich in allen Industrien, ich sage mal, Pioniere, die die neuen Technologien entwickeln, die sie vorantreiben, die sie voll implementiert haben. Und es gibt dann im Prinzip ein großes Abfallen zu Firmen durchaus in der gleichen Branche, die sagen, ja, wir haben ja verstanden, wir müssten was anders machen, wir haben es doch noch nicht gemacht. Das kommt dann. Und dieser Anpassungsprozess, glaube ich, wird sehr schnell vollzogen werden. Das ist eine Frage von keinen Jahrzehnten, sondern vielleicht von fünf, maximal zehn Jahren, dass wir da hier sehr schnell aufholen werden. Also dass sich die Lücke zwischen Pionieren und, ich sage mal, Nachzüglern, die jetzt noch abwarten, dass diese Lücke sich schließen wird. Und ich sage mal, nur mal als Menschen daran erinnert, wann haben wir denn das erste bewusste, wie sah das Telefon aus, das wir bewusst das erste Mal wahrgenommen haben. Also ich out mich mal gerne. Ich habe die fünf vorne dran stehen in meinem Alter. Und bei mir war das noch so ein Bagalit-Telefon, so schwarz mit Welscheibe. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Alexander, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ich hatte schon Tasten. Du hattest schon Tasten, ja, Glückwunsch. Aber wenn wir dann mal gucken und uns überlegen, 2007 ist das iPhone auf den Markt gekommen. Das scheinen für uns ja Generationen zu sein. Aber wenn ich mir mal klar mache, dass die Entwicklungsgeschichte der Menschheit über die Jahrtausende im Prinzip erst die letzten 200 Jahre wirklich rasant vorangegangen ist. Also sie werden immer in Schlüsseltechnologien, die erfunden wurden. Also das Feuer, das Rad, die Metallurgie, die Mathematik und so weiter. Aber das ging für unsere Wahrnehmung unglaublich langsam voran. Und wir sind da so ein Stück antrainiert, dass wir glauben, Moment, also es wird auch diesmal wieder lang dauern. Nein, Wissen wächst exponentiell und damit sind Veränderungen auch exponentiell auf dem Zeitstrahl. Insofern glaube ich, wir tun gut daran, nicht zu sagen, naja, das wird mal was für unsere Ur-Englischen. Nein, das betrifft uns in unserem jetzigen Arbeitsumfeld, das betrifft natürlich unsere Kinder, betrifft uns als Gesellschaft hier und heute. Das heißt, wir haben eigentlich nicht mehr allzu viel Zeit. Also du hast es ja gesagt, es ist nicht jetzt nur eine negative Entwicklung, es hat viele positive Seiten. Sie muss nur richtig gemanagt werden. Wenn wir uns jetzt mal ein paar Lösungsansätze anschauen, wie man den negativen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsmärkte entgegnen kann, da ist ja ein Ansatz, das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat inzwischen viele Fans, interessanterweise auch unter CEOs von Technologiefirmen, aber auch unter deutschen Managern. Und die Idee dahinter ist ja zu sagen, jeder Bürger des Landes kriegt von Geburt an eine gewisse Summe, aus Steuermitteln finanziert, mit der er gut leben kann, am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Und dadurch, so die Hoffnung, kann man den möglichen Arbeitsplatzverlusten entgegenwirken. Es gibt da auch einiges an Pilotprojekten. Die Schweiz hat da einen Volksentscheid dazu 2016. Es gibt Projekte in Finnland und Niederlande, die gerade laufen. Wie siehst du das bedingungslose Grundeinkommen? Hältst du es für ein probates Gegenmittel gegen die negativen Effekte der Digitalisierung? Naja, du hast ja schon gesagt, es kommt ja interessanterweise auch durchaus sehr stark aus der Tech-Ecke. Also da, wo man Veränderungen offensichtlich noch mal besser und schneller sieht, wenn wundert's. Und man muss sich zunächst mal klar machen, bedingungsloses Grundeinkommen ist ein wabernder Begriff. Und ich nehme jetzt einfach mal eine Definition, die vermutlich so die breitengängigste ist. Es gibt noch ein paar andere Spezifikationen, aber so die breitengängigste ist, jeder hat einen Anspruch auf 1.000 Euro im Monat. Und die bekommt er mehr oder minder oder kriegt sie dann im Prinzip mit seinem Gehalt verrechnet. Also ob du arbeitest oder nicht, 1.000 Euro fließen dir zu, ist die Grundidee. In aller Regel wird dann damit verbunden, dass auch die Sozialversicherung damit abgedeckt ist. Da komme ich schon mal ins Schwitzen. Also Arbeitslosenversicherung bräuchten wir eh nicht mehr, Rentenversicherung bräuchten wir nicht mehr. Aber die Krankenkasse wäre dann schon mal mit drin. Das ist ein Riesenbatzen. Da weiß ich nicht, ob 1.000 Euro reichen. Und dann komme ich natürlich an die großen Grundanfragen ans bedingungslose Grundeinkommen. Das erste ist natürlich die Finanzierbarkeit. Das zweite ist das Anreizproblem. Das dritte ist das Demokratieproblem. Das Finanzierungsproblem, kann der Staat sich das leisten, ist für mich zunächst mal sogar das geringste Problem. Wenn ich sage, wenn wir es richtig hinbekämen, was ich vermute, dass wir es nicht tun, dann müssten wir alle Sozialleistungen dagegen aufrechnen. Dann wäre es, ja, kann man ja sagen, wir haben heute schon so viele Sozialleistungen, dass wir faktisch Grundeinkommen haben. Es klingt nur anders. Das heißt dann halt BAföG, es heißt Rente, es heißt Arbeitslosenversicherung. Also Finanzierung ist für mich gar nicht mal das Problem. Für mich ist das Anreizproblem gigantisches, weil ich dann natürlich immer wieder sehe, Anreizproblem, gerade die niedrigen Lohnsituationen, Konsegmente sagen zunächst mal, sicher richtig rational, ökonomisch rational, jetzt muss ich erst mal die 1000 Euro im Monat so richtig schlagen. Da muss richtig was hängen bleiben, damit ich anfange zu arbeiten. Und dann komme ich natürlich schnell an den Punkt, dass es manche Leute geben wird, die sagen, nee, das lohnt sich für mich ja gar nicht mehr. Das heißt, gerade in der Phase, wo wir in Ausbildung investieren müssten, in Lernen investieren müssten, in Weiterkommen, wird es perverse Anreize haben, weil Leute sagen, was bringt es mir denn am Ende. Das größte Problem, und das wird gar nicht diskutiert, ist für mich das demokratietheoretische Problem, weil ich sage, ja gut, jetzt haben wir heute 1000 Euro auf dem Tisch. Dann fangen aber die Diskussionen an. Was sind 1000 Euro? Bleiben wir hier in Deutschland, in Görlitz, in Frankfurt und in München. Ja, völlig andere Kaufkraft. Dann steigen die Mieten. Dann steigen die Krankenkosten zum Beispiel. Die müssten ja nach der Logik in den 1000 Euro mit abgegolten sein. Aber wenn man sich mal anschaut, was man so im Monat an Krankenkasse zahlt, Arbeitgeber und man selbst, dann sind die 1000 Euro, da bleibt schon mal nicht mehr so viel übrig. Da müsste auch die Miete, wie gesagt, alles mit abgegolten sein. Das heißt, denn die nächste Runde ist natürlich, man wird genau wieder anfangen und argumentieren. Es werden sich Lobbygruppen gründen, die sagen, in Frankfurt, München, Hamburg muss es mehr werden. Es wird Lobbygruppen geben, die sagen, es muss aber da und da und da Zuschläge geben, damit es auch wirklich gerecht wird. Und am Ende des Tages, die Parteien sind ja auch nicht dumm, sagen die Parteien, okay, wir machen jetzt mal so ein großes Wünsch-dir-was-Programm. Und dann bin ich direkt beim Wählerkauf. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Also wählst du mich, bekommst du mehr Grundeinkommen. Und dann müssen wir uns klar machen, der Souverän in diesem Staat, in einer Demokratie, das bist du, Alexander, das bin ich, das sind alle unsere Zuhörer und alle, die hier in Deutschland leben und Wahlrecht haben. Und dann sind wir an dem Punkt, dass wir im Prinzip den Souverän, also die Wähler, von der Politik gekauft bekommen. Es ist für mich ja gar kein Zufall, dass wir in immer kürzeren Abständen neue Rentenwohltaten bekommen, weil der Medienwähler ist schon beinahe der Rentner mittlerweile. Ohne den geht gar nichts mehr. Und beim Grundeinkommen, wäre es die Gesamtheit der Wählerschaft. Das wäre völliges Ad absurdum führen unserer Demokratie. Um es kurz zu machen oder versucht, kurz abzuschließen, du merkst schon, vom klassischen, bedingungslosen Grundeinkommen bin ich ein großer Gegner. Aber ich bin vom wirklich bedingungslosen Grundeinkommen ein absoluter Befürworter. Aber das ist halt was anderes. Du hast es ja in einer deiner Publikationen mit der schönen Überschrift versehen lassen, lass die Roboter für uns arbeiten. Idee geht auch in die Richtung des bedingungslosen Grundeinkommens, ist aber völlig anders designt. Was stellst du dir unter dem bedingungslosen Grundeinkommen vor? Ja, genau, dass ich sage, es ist ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen, also ein Grundeinkommen, das nicht politisches Wohlverhalten bedingt. Und das geht natürlich nur, wenn ich souverän bleibe. Das heißt, wenn ich auch über den Einkommensstrom, wenn der mir zufließt, ohne dass ich in irgendeiner Weise politisches Wohlverhalten an den Tag legen muss. Und es geht natürlich nur mit dem Aufbau von Eigentum, von Kapitaleigentum. Das heißt, wofür ich plädiere, ist gerade, weil wir sehen, dass es in dieser starken Umbruchssituation schon jetzt eine Verschiebung vom Gesamteinkommen der Volkswirtschaft vom Arbeitseinkommen weg zum Kapitaleinkommen gegeben hat, zeigt sich in allen OECD-Staaten, dass Kapitaleinkünfte anteilig gewachsen sind, Arbeitseinkommen anteilig am Gesamteinkommen gefallen sind. Gerade deswegen sage ich, wir müssen den Menschen helfen, Kapital aufzubauen, dass sie aus diesem Kapital zumindest ein Zusatzeinkommen generieren können. Also wir arbeiten noch zwei oder drei Tage und die restlichen zwei Tage bekomme ich aus Kapitaleinkommen bestritten. Und dann bin ich an dem Punkt, der sagt, lass die Roboter für dich arbeiten. Also im Sinne von, ich bin Besitzer, in Anführungszeichen, Miteigentümer über Kapitalbeteiligung an Firmen, natürlich immer nur zu kleinen Teilen, versteht sich, aber trotzdem und partizipiere an den Gewinnen der Firmen über Dividendenausschüttungen. Und diese Dividendenausschüttungen sind dann quasi Teil meines Einkommensstroms. Und die Firmen selbst haben natürlich die Algorithmen, haben die Roboter, das ist natürlich ein Paradigma, mit dem ich da ein bisschen spiele. Und die Roboter, in Anführungszeichen, arbeiten dann letztendlich für mich, wie hoffentlich für viele andere auch. Das heißt, du willst eigentlich die Bürger stärker am Kapital einer Volkswirtschaft teilhaben lassen, sodass sie von dem, was die Roboter jetzt wirtschaftlich uns bringen, nämlich höhere Produktivität, potenziell höhere Gewinne, damit auch irgendwann höhere Aktienkurse, dass da mehr dran teilhaben können, richtig? Genau das ist es. Das heißt, mir geht es darum, dass wir helfen, dass die Menschen einen Kapitalstock aufbauen können, dass das auch gefördert wird, dass die Aktienkultur gefördert wird, aus dem einfachen Grund, weil ich sage, nur dann haben wir wirklich diese Unabhängigkeit, nur dann ist der Einkommensstrom wirklich bedingungslos. Wir haben uns ja, wenn wir mal 200 Jahre Geburt jetzt Karl Marx dieses Jahr Revue passieren lassen, dann haben wir uns ja von Karl Marx, Kommunistisches Manifest kam vor 150 Jahren, haben wir uns ja so weit gar nicht verabschiedet. Also ich finde immer, wir haben immer noch dieses Bild, wir haben eine, und ich sage das mal mit marxischen Worten beinahe, ein Proletariat in Anführungszeichen, das malocht in der Firma, fällt abends erschöpft vor den Fernseher und kriegt Lohneinkommen. Also wir sind darauf trainiert, dass die Menschen Lohneinkommen bekommen, außer natürlich sind sie selbstständig. Und dann gibt es dann noch die Kapitalisten, was bei uns in der Gesellschaft meistens so ein bisschen mit böse, gierig, dicke Zigarette rauchend und faul sein gleichgesetzt wird. Und diese dicken Kapitalisten mit ihren noch dickeren Zigaretten kriegen die Kohle dann letztendlich aus dem Kapital. Und da sage ich, da müssen wir mal wegkommen. Das ist eine blödsinnige Vorstellung. Alles andere ist wahr, als dass die Welt immer in Lohn- und Kapitaleinkommen geteilt sein muss. Wir müssen uns einfach mal überlegen, heißt Wohlstand für alle, Ludwig Erhard ist mir lieber, du merkst schon als Karl Marx, heißt Wohlstand für alle nicht, dass wir sagen, ja, wir fördern es, dass die Menschen am Produktivkapital der Wirtschaft beteiligt werden. Und da gäbe es noch eine ganze Latte an Möglichkeiten. Frage für mich wäre allerdings, wie würde so ein Programm in Deutschland das Licht der Welt erblicken können? Weil wenn wir uns angucken, mal empirisch, wie es um Mitarbeiterbeteiligungen in Deutschland ausschaut, wenn wir uns angucken, wie ist die Aktionärsquote, dann sind wir überall im, sagen wir mal, im unteren Mittelfeld, bestenfalls jetzt mal im Industrieländervergleich. Wie denkst du, könnte man es hinkriegen, dass wir eine stärkere Kapitalbeteiligung tatsächlich sehen würden? Also da gibt es eine ganze Menge Wege und ein paar hast du schon sogar angesprochen. Ich fange mal bei der Mitarbeiterbeteiligung an. Die ist in Deutschland total unterentwickelt. Also ich bin ja nun mal Allianzer und da bekommen wir so ein Programm. Ja, dann guckst du aber rein und sagst, okay, du hast da einen gewissen Vorteil, also kriegst die Aktien preiswerter. Diesen Vorteil musst du aber außerhalb eines gewissen Freibetrags versteuern, weil es ein Geldwertervorteil ist. Dieser Vorteil oder dieser Freibetrag, den du hast, der ist im internationalen Vergleich im Schnitt ein Zähntel dessen, was andere Staaten bieten. Und da kann man sagen, es ist gerecht, hat nicht jede Firma und warum sollen die und wir nicht und so weiter. Da kann man drüber streiten, aber Fakt ist, die Franzosen haben einen Freibetrag, der ist etwa zehnmal so hoch. Und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung gibt es in vielerlei Durchführungswegen. Wäre für mich so ein erster Schritt, den Menschen mal zu zeigen, zu sagen, pass mal auf, du hast eine Möglichkeit, dich da zu beteiligen, wo du auch arbeitest, wo du wirklich jeden Tag, sprichwörtlich, dich einbringen kannst. Du profitierst davon. Also die Roboter in der Werkhalle, in Anführungszeichen, oder die Algorithmen, die an deinem Schreibtisch arbeiten, im PC, die gehören zu einem kleinen Teil auch dir. Es wäre zumindest mal ein erster Einstieg. Und dann müssen wir uns auch mal anschauen, wenn wir internationale Vergleiche ziehen, unsere Altersvorsorge ist komplett aufgebaut auf Vaterstaat. Und eine Rente, wie wir sie bekommen, ist für mich nichts anderes als eine Zwangsanleihe mit unsicherem Ausgang. Also ich muss jeden Monat was einbezahlen und dann kriege ich diese Anleihe, da kriege ich ein Coupon draus, sinnbildlich bezahlt, wenn ich in Rente gehe, wie hoch der Coupon ist, wie lange ich lebe. Was ich vorher einbezahlen muss, hat relativ wenig miteinander zu tun. Ob es reicht, sei mal dahingestellt. Also in Deutschland kommen 75 Prozent im Durchschnitt der Alterseinkünfte aus dieser Zwangsanleihe namens Rente, wo ich nicht raus kann. In der Schweiz sind es nur 58 Prozent, das heißt, die haben schon mal einen viel größeren Teil private Altersvorsorge. Niederlande, auch nur ein Steinwurf hier von Frankfurt weg, kommen 70 Prozent aus der privatbetrieblichen Altersvorsorge. Da sind natürlich auch Aktien drin. Das wäre für mich auch ein großer Schritt. Also wie können wir die gesetzliche Rente so verändern, dass wir sehr viel mehr private Altersvorsorge haben, sehr viel mehr kapitalgedeckte Altersvorsorge haben. Und natürlich müssen wir uns überlegen, tun wir insgesamt genügend darüber hinaus, die Kapitalbeteiligung, du hast die Aktionärsquote angesprochen, auch wirklich zu fördern. Da ist auch noch einiges zu tun. Gibt es, du hast ja schon ein paar Länder angesprochen, die da ein bisschen weiter sind. Gibt es für dich Länder, von denen wir was lernen können oder vielleicht auch Modelle, die wir für eine stärkere Kapitalbeteiligung einführen könnten oder sogar müssten? Ja, also ich denke mal schon, wir können durchaus von den Niederlanden lernen, was Altersvorsorge betrifft, dass man mehr privat vorsorgt, dass man mehr ein Jahr hat zum Kapital. Ich denke, dass man sehr viel von den USA lernen kann. Man kann in den USA immer auch positive und negative Sachen finden in der Ökonomie, in der Wirtschaft. Aber ich glaube, die haben einen ganz anderen Zugang zu Kapital und zu Beteiligung und auch zur Risikoübernahme. Da sind sie viel weiter. Und wenn ich mir dann mal so europaweit anschaue, wie so das Pro-Kopf-Vermögen aussieht, dann sind wir da, obwohl wir Industrie, also weltweit führende Industrienationen, eine der führenden Industrienationen sind, sind wir da abgeschlagen auf Platz 18, was das Pro-Kopf-Vermögen betrifft. Das passt überhaupt nicht zusammen. Kommt natürlich zum großen Teil daher, dass wir unser Geld auf dem Sparbuch verrotten lassen, sprichwörtlich. Und da sage ich nur, da könnten wir auch von der Aktienkultur der anderen Länder mehr lernen. Die haben eine bessere Aktienkultur. Wir sind komischerweise das Land der Erfinder und der Denker und der Tüftler und der mittelständischen Unternehmen. Aber Aktienkultur haben wir überhaupt keine. Und das hängt für mich auch damit zusammen, dass wir keine Kultur haben, auch Risiken zu übernehmen. Ja, bei uns heißt immer, wenn irgendwas gemacht wird, ja, was sind dann die Beiträge, die eingezahlt werden, am Ende auch sicher. Ja, und da kann ich nur sagen, ja gut, was sicher ist, hat seinen Preis. Und wenn wir Kapitalbeteiligung wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen wirklich von der, ich sage mal, auf die Seite der, ja, also wenn es uns wirklich um gerechte Teilhabe geht, dann heißt es für mich, die Menschen an den Früchten zu beteiligen, aber natürlich auch an Risiken. Beides hängt zusammen. Und wenn ich ja zu mehr Risiko sage, sage ich letztendlich auch ja zur Risikoprämie. Und das ist die Mehrrendite über dem, was es auf dem Sparbuch lange nicht mehr gibt. Okay, das heißt, ein wichtiges Mittel gegen die negativen Wirkungen der Digitalisierung wäre tatsächlich, die Bürger mehr an den Früchten der Digitalisierung zu bearbeiten, was wir eigentlich am besten erreichen über stärkere Kapitalbeteiligung, sei es über direkte Aktien, Stichwort Aktienkultur, sei es über ein stärker kapitalgedecktes Rentensystem, so dass wir da eigentlich diesen Gegensatz, wenn ich dich richtig verstehe, zwischen Kapital und Arbeit besser überbrücken, als es uns im Moment gelingt. Kann man ganz genau so sagen. Lass mich aber noch einmal auf den Satz, Nebensatz von dir zurückkommen, wo du sagst, die negativen Auswirkungen der Digitalisierung. Wir müssen uns nochmal klar machen, wir haben die letzten 200 Jahre Industrialisierungsgeschichte, enorm große Umschwung, jünger erlebt. Immer wieder. Es gab immer wieder große Umbruch-Situationen und am Ende war die Grundkonstante immer, es würde was Neues erschaffen. Es kamen neue Innovationen, neue Technologien, wir sind produktiver geworden. Und diese Produktivität hat sich ein Wohlstand ausgedrückt. Wir haben heute einen breiten Wohlstand, da darf man gar nicht drüber nachdenken, wie der vor 150 Jahren oder auch nur vor 50 Jahren aussah. Das kann man sich kaum noch vorstellen heute. Enormer Wohlstand. Ich glaube, dass die Digitalisierung uns enormen Wohlstand bringt, weiteren Wohlstand bringt. Und der Punkt, um den es dann wirklich geht, ist, dass wir an den Punkt kommen müssen, wie schaffen wir es, dass wir auch alle daran teilhaben, ohne, dass ich Big Daddy namens Vater Staat zwischendrin stehen habe, der dann sagt, und du bekommst was von mir und du bekommst nichts, weil du mich nicht gewählt hast. Oder ich sage es jetzt ein bisschen boshaft. Also mir geht es um die Frage, wie können wir dazu kommen, dass die Menschen wirklich teilhaben an der Wohlstandsschöpfung und ihre Souveränität und ihre Freiheitsrechte behalten. Das ist für mich ein ganz großer Punkt und deswegen gehe ich auch so stark auf dieses Thema Kapitalbeteiligung. Okay. Glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort, auch ein positiver Ausblick, nachdem wir natürlich jetzt auch viel über ein paar negative Aspekte diskutiert haben. Vielen Dank für deine Zeit und das äußerst spannende Gespräch und alles Gute für dich. Ja, und für uns alle. Ich bin gespannt aufs zweite Maschinenzeit, Alter, wir können es gestalten. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du fandest diese Folge des Deloitte Future Talk genauso spannend wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, Soundcloud und anderen Podcast-Apps machen. Details dazu findest du in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn auf iTunes. Dein persönliches Feedback und deine Anregungen sind uns sehr wichtig. Nur so wissen wir, wie wir den Podcast noch interessanter gestalten können. Geh dafür einfach auf unsere Website oder mein LinkedIn-Profil. Alle Details findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort gibt es auch interessante zusätzliche Informationen zum heutigen Thema. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.